weiter geht's wir machen diesmal die besmaquests weil cedric hat jetzt mal hammel quest vor zu machen oder beziehungsweise hammer dungeon runs und ich werde mir eine oxidian kette holen mir egal ihr könnt ja auch sagen mike mike mit a i k ja so und los geht es mit cola 14 ok und wären mal wieder durch auch scheiße wir haben es auf normal normalerweise müsste die kette darauf normal kriegen oder welches ist er das eigentlich grund aus nähe doch so 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 na lol beim endbus hab ich die kette gekriegt wenn jetzt immer überlegen ob ich jetzt alles nur auf normal machen vielleicht geht schneller und alle level 19 20 so aber naja mal den danken halt alleine oder mal jetzt normal machen wir mal auf experte so so und machen ich hab die vierte kette wie geil und schlüsselstück jetzt fallen mir gerade die dokumente ein jetzt der quest habe ich ja gar nicht mann muss ich dann nochmal gucken so 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 So, machen wir jetzt mal die Kaktus-Teile fertig. So, machen wir jetzt mal die Kaktus-Teile. So, machen wir jetzt mal die Kaktus-Teile. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.